Guten Tag, mein Name ist Annette Dietrich und ich bin die Verantwortliche für die Praxisausbildung der Studienrichtung Sozialpädagogik an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern. Die Praxisausbildung ist eine der intensivsten und wichtigsten Lernphasen in Ihrem Studium. Sie erproben Ihr erworbenes Wissen und Ihre Kenntnisse in vielseitigen und spannenden Organisationen der Praxis. Im Rahmen von ca. 1500 Stunden absolvieren Sie in einem Arbeitsfeld der Sozialpädagogik Ihr Praktikum und Ihr Projekt. Handlungsfelder der Sozialpädagogik sind zum Beispiel Einrichtungen für körper- und geistig behinderte Menschen, Kinder- und Jugendwohnheime, Institutionen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder für Menschen mit einer Suchtproblematik. Die in der Praxis gemachten Erfahrungen von Ihnen werden fortlaufend in Modulen und Lernsettings an der Hochschule verarbeitet und reflektiert. Während Ihres Praktikums werden Sie durch erfahrene Mentorinnen begleitet und besuchen regelmäßig Supervisionssitzungen gemeinsam mit Mitstudierenden. Unser Ziel ist es, Sie als kompetente, professionelle Fachpersonen in die Berufswelt zu entlassen, um unserem Ruf als praxisorientierte Hochschule damit gerecht zu werden.